Dann ist bei uns in der Bahn, Ex-Hügel vom Lipperthof, ein Ex-Hügel geboren am 18.04. Der Vater ist Spohlener von Lipperthof und Mutter ist Herr von Lipperthof. Diese Stunde gibt mir zwei Kinder. Dieses Spohlen hat extrem energische, akzentrierte Bewegungen, ganz viel Rhythmus. In den Gängen, sehr gute Genickhaltung, sehr bewegende Schulter, da ist richtig krass da. Und die Enthöte haben wir auch schon gesehen. Das hat so viel gekämpft, dass es so richtig hoch springen muss, damit der Kopf kommt. Liebe Tag, wir nehmen die Mutter gleich mal raus und gucken mal, was es uns dann alleine zeigt. Ich trage die jetzt auch gerade ganz gut an. Ich nehme die Mutter ruhig raus, dass es nicht so lange laufen muss. Meistens zeigen sie dann noch mehr. Meistens zeigen sie dann noch mehr. ... ... ... Er hat einen Pass, wird wahrscheinlich jeder mit stark dem Tölt anfangen und der Pass kommt dann wieder dazu. Er ist wahnsinnig zu groß, hat den Tölt. Und da geht es so durch den Körper, hat den Tölt. Hier wieder der tolle Tölt, viel Aktion. Viel schönes Hohl. Jetzt hast du einen Angriff. Das Einzige, was man so sagen würde, ist, dass die Kompagnen sich vielleicht ein bisschen mehr aufrichten. Die Kompagnen ist gut. Der Hals ist aber extrem schön. Und der Rückgang ist ein Schwerpunkt. Also eigentlich hat es gar keine Entschuldigung. Naja, das muss dann länger weiter machen. So müssen die ja auch da sein. Wenn die Pferde schon so gut veranlagt sind. Aber was man sehen kann, ist, dass dieses vorhin zum Beispiel mit langsamem Tempo eben auch schon so viele Aktionen hat. Also das Hebel ist mit dem freien Ellbogen. Das Hebel mit dem freien Ellbogen. Die Schulter geht auch langsam und hört man schon hoch. Also das ist halt so ein typisches Pferd, das einfach keine Gewichte braucht. Wo Gewichte sogar eher stören. Hier kommt jetzt schöner Trag. Die gehen eigentlich immer am besten an dieser langen Seite. Die müssen die nächste Schmalzeichen setzen. Das ist wirklich witzig. Also sie sind fast immer hier am allerbesten. Ja, nochmal ein ganz tolles Fuhlen hier zum Abschluss. Das, glaube ich, seines Vaters durchaus fröhlich ist. Vor allen Dingen durch seinen außergewöhnlichen Rhythmus. Eben zu betragen. Der Rhythmus, wo man immer mit muss. Vielen Dank. Mama kann wieder herkommen. Genau. Sehr gut. Aber das reicht, wenn man mit einem zwark. bitern fillet zum Abschluss, irgendwas mit Titas ist. Schalterm completo. Lehrern wegzunehmen können. Und mir einfach dies und ins Housing,